Elektromusik. Ja, könnte es sein. Maschinen. Vielleicht diese Metalldinger im Toaster oder so. Deswegen will ich einfach sagen, Film ab. Alles, was euch interessiert, zu den Firmen, zur Ausbildung und so weiter, gerne jederzeit. Beginnen wir mit der ersten und zwar ist es die Firma Siemens. Jetzt machen wir natürlich heute hier eine Sendung für die Schülerinnen und Schüler, die vor einer Berufsausbildung stehen. In welchen Berufen kann ich mich ausbilden lassen bei Siemens? Jetzt habe ich noch eine Frage aus der Community. Wie sieht das Ganze mit dem Verdienst aus? Vielen Dank.